Wir haben uns für die Firma Hormle entschieden, weil wir den gesamten Prozess seit langen Jahren positiv bewertet haben, angefangen vom Vertrieb über die Qualität der Maschinen bis hin zum Service, auch den Aftersales, weil es einfach ein schlüssiges Gesamtkonzept ist und wir da sehr zufrieden als Kunde sind. Wir haben uns für die RS2-Roboterzelle entschieden mit zwei C42-Maschinen, weil uns sehr viel Wert daran gelegen ist, dass es universell einsetzbar ist, weil wir ein wechselndes Portfolio in den Produkten haben und diese Auswahl der Hormle-Produkte genau dem entspricht, was wir brauchen. Aus Anwendersicht kann ich nur sagen und bestätigen, ist Hormle jeden Euro wert. Aus Anwendersicht kann ich nur sagen und bestätigen, ist Hormle jeden Euro wert. Aus Anwendersicht kann ich nur sagen und bestätigen, ist Hormle jeden Euro wert.